Wir saßen hier am Schlachthof im Endeffekt, nicht etwa, um uns schlachten zu lassen, sondern um uns zu unterhalten, zu musizieren, zu kommunizieren, zu lesen, zu schmusen, zu lieben. Wir saßen auf der grünen Wiese, oben am Himmel, stand der blau, gelbe, rote Bank, jeder physische oder psychische Verfasser. Wir haben am Haus gesessen, wir haben aber reingelogt, die dritten waren verliebt, haben aber den Mond am Gesungen gebersucht. Hat die Frage gedauert, ist eine gewisse Frau Sander-Weier, der Arbeitskultur-Motiv von Wien erschienen, und hat eine wunderschöne Arzt bei uns gewirkt, hier die dringendige Person. Musik 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 Das ist leider auch ein Klopp, das ist ja. Musik Letztendlich unglaublich aber wahr ist der damalige Bürgermeister von Wien, Leopold Kratz, im Volksbund auf Liebewelle-Poegi genannt, erschienen uns auf die allerschönste Anspannungsgerichte in Alt-Universum. Musik Nach dieser politisch obwohlfunktierten Aussage waren wir nicht mehr zum Bremsen. Musik 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 6. 18. 18. 19. 19. 20. Andreas Juran, Christian, Christian an der Technik und der Veranstalter Maik, Maik und Silvia, wenn ich das Recht noch in der Regelung habe. Wir danken euch.